Robert, jetzt kommt, zieh doch... Warum tanzen die immer? Alter, wir hätten das so schön gewinnen können, hätte der jetzt nicht getanzt. Und das doch verteidigen können. Was ein Vogel, ey. Ja, die müssen immer alle tanzen. Und Foweli, Alter, der ist hinten am Geiern. Da bist du noch. Ja, der sitzt hinten rum, der ballert den einen Typen ab, was er nicht schafft. Und Alan Black, ja. Hi, Flash. Ah, toll, jetzt ist es weg, das Ziel. Äh, toll, jetzt spiel ich mit vielen Leuten, aber nix los. Und bin gestorben. Komm, nächster Punkt wird aktiviert. Komm, nehm den hier vorne, ich bin grad in der Nähe. Hoho, direkt da. Ja, ist klar, Flash. Ich sterbe, Flash. Ach man, Alter, du hast mich extra noch verfolgt, ne, war klar. Na sicher doch. Du Vogel, du. Ich will keine spieler haben, der gut ist. Was ist denn, ich bin ja nicht gut. Nö, überhaupt nicht. ja hier ist jetzt handgemenge hier vorne ist du gleich auch das ist gut dass man nicht sofort machen muss ja was man dann noch das ist auch geil gemacht nach ja du hast anscheinend puls von deiner knarre ich muss mal ganz schnell drücken also hintereinander drücken dass ich überhaupt immer nacheinander schießen kann ja dann ist es puls hast irgendwas falsches eingestellt muss danach aber der schmied ja du kannst auch ein strahl machen das weißt du ja aber ich finde das wirklich gut ich hab da kein problem mit ja ja wir haben und ich glaube genau auf den passenden zu jetzt doch mal von mir aber den anderen habe ich noch gekriegt ich nicht du vielleicht ich lebe noch ich töte erst lieber den anderen vor zentos töte ja ja ihr könnt mich mal ja ja toll wie viel da auf einmal kommt schon mal laka es welche kontrollpunkt ist das auf die lauf sich zu den richtigen händen alter so weit hier hinten war ein barbecue ja wo ist denn der kontrollpunkt daneben das ist das geile an dem strahl ouch und zack bist du weg oder auch genau hinter uns ja tss ich glaube wir müssen mal beim anbieter mal nein nicht schon wieder in kuhle rein ich glaube wir sollten ja nein nicht schon wieder da rein springt wo er hat mich noch gekehlt wer sagt dass man diesen komischen luke ist ja jetzt ich blaster hatte glaube ich das aber geil das kann ich auch holen das kann jeder holen blaster da schießt du einmal dann kommen sie sechs kleine dinge raus das gibt es ziemlich am anfang hat das verkauft das ist unten bei der munition das war allen black du hast unten noch unten wenn er in der waffe ist und über testen speichern und so was kannst du doch waffen auswählen also position und so was wir nachher gucken auch man nicht schon wieder dies noch mann ich fliege immer da wieder rein ist es doch nicht wahr komm schon an der dat weg verteidigt kommen müssen alle dahin und nur waschen ja aber ich will trotzdem noch gehen ich glaube das macht eher weniger alle rote in der ecke das ist nicht unser umso mehr leute da sind umso schneller geht es ja aber wenn man einfach alle weg pustet dann geht das auch ja ich weiß ja ich weiß ich habe gemerkt ja ich weiß ich habe gemerkt ihr penner ey hehehehehehe scheiße hehehehehehe match gewonnen nice ja toll sieg aber das war knapp für euch ja ich kann es am Anfang ja weil du auch erster bist ja ne komm ich warum heilungs buff alter einer konnte heilen ok aber ich würde sagen dann beenden wir jetzt mal die hause ja für zwischendurch ja warum nicht ne und dann bis zum nächsten Mal Leute tschau tschau tschüss tschüss bis zum nächsten Mal